hey leute was geht ab hier ist immer roblox games 44 jetzt willkommen zu unserem mal zu meinem ersten er alle ersten ähm ähm prämie Premiere herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube Premiere ähm ja ja heute geht's darum also heute will durch euch heute will ich heute ein paar life hacks in minecraft zeigen und danach kommt jetzt also jetzt werden hier ein paar Videos kommen und jetzt geht's los der erste life hack beginnt jetzt schon ihr habt ihr wollt ihr wollt schon Diamantrüstung oder ihr wollt schon die Diamantrüstung haben aber jetzt sind schwierig welche zu finden dann gebe ich euch einen Tipp geht zuerst in den kreativ Modus holt euch eine Diamantrüstung holt eure Diamantsachen holt eure Diamantsachen und dann zieht die an am besten nehmt auch schon und dann wenn ihr euch das ausgesucht hast zieht ihr die Sachen an so dann könnt ihr in die Grill dann könnt ihr noch ein paar Waffen nehmen dann könnt ihr seid ihr auch gerade nicht woanders der nächste Life Hack ihr wollt ihr wollt eine Falle bauen eurem Freund dann gebe ich euch einen Tipp dazu dazu baue ich jetzt ein irgendein 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 kleines Haus oh ja ihr müsst aber still sein dabei während ihr wollt euer Freund pranken ihr wollt ihr Haus kaputt machen aber ihr wollt ihr Haus also ihr wollt ihr ihr wollt ihr Freund pranken dann gebe ich euch einen Tipp dann gebe ich euch einen Tipp baut ein irgendwas nehmt ihr jetzt ich nehme so wie ich jetzt wenn sein wenn sein Freund das Haus als Wolle gebaut hat dann ist es sehr einfach ein Trick jetzt ist wirklich ein guter Trick und dann muss er genau denkt und dann also ihr wollt natürlich dass der Freund bei euch ein paar Tage jetzt also bei euch bleibt aber der weil er sein eigenes Zuhause hat und das nicht möchte dass ihr das nicht möchtet denn der will nicht bei sich gehen also weil ihr euch gehen deswegen nehmt wenn ihr irgendeinen dann nehmt ihr einfach Wolle ich muss mal Wolle finden Wolle 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 warum hat das Wolle dann nehmt ihr zwei meine Farbe ich nehme jetzt einfach mal um also wenn euer Freund ein großes Haus hat und Wolle dann ist es am einfachsten einfach den einfach den mal einfach hier ihr baut einfach ich mache jetzt einfach nur ein Mini Haus und dann gleich und dann gleich brauche ich erstmal ein Feuerzeug weil sonst geht das hier natürlich nicht und dann nehme ich mir Dann nehme ich mir einen Spawnex, ich nehme jetzt einfach mal einen Villager. Und dann macht ihr, und dann, dann macht ihr es, ich mache es eben mit Samzen. Und dann, mit der Feuerzeug, dann ziehe ich das Haus an. Dann brennt hier sein Haus ab, wenn sein Haus abgebrannt ist. Aber wir müssen es machen, wenn der nicht da ist. Das war's, auf jeden Fall von der Minecraft-Video-Folge. Dann gehe ich jetzt eben zu meinem nächsten Spiel. Und zwar spielen wir als nächstes, würde ich mal sagen, über den Blockstrike. Das ist übrigens diese Musik hier vom Halloween-Pack. Das ist ein Halloween-Pack. Was auch nicht mehr lange geht, weil, wie ihr natürlich wisst, Halloween war gestern. Deswegen habe ich, also gerade eben ein Halloween-Spezial-Video gemacht. Diese Map-Kennig ist eigentlich gar nicht mehr so. Die ist schon schwer, aber ich werde es hoffentlich versuchen zu schaffen. Und er ist down. Das ist hier das Schwierigste. Ich zeige euch gleich, weil in die Blöcke, wenn du einmal auf einen Block laust, dann gehen die weg. Einfach weg. Es geht los. Drei, zwei, und das, und jetzt los geht's. Ja. Aber bitte, Leute, abonniert meinen Kanal und macht die Glocke an und liked das Video. Bitte macht das, weil das wäre sehr nett von euch. Alles klar. Alles klar. Der Block war mir gerade zu klein, aber ich muss jetzt versuchen, lange drauf zu leben, um zu gewinnen. Ich habe es bis dahin noch nie geschafft zu gewinnen. Okay, was war das jetzt gerade zum... Was war jetzt? Also okay, was war das jetzt gerade zum random? Pfeil? Oh mein Gott. Das ist richtig rumlaufen, Alter. Wenn ich stehen bleibe, falle ich selbst runter. Ich darf mir also nicht stehen bleiben. Ups. Ich habe den Sprungfischer. Oh nein! Ich bin runtergefallen. Und... Brrrr. Ich bin tot. War ich falsch? Weil ich nur, weil ich nur einmal diesen Fehler gemacht habe, naja. Wie auch immer? Diese Werbe kommen jetzt immer... Ich will mir, ähm... Jetzt gehen wir mal... Was wollen wir denn spielen, Alter? Oh ja. Aber ich finde diese Musik hier, diese Halloween Musik eigentlich ganz cool. Das ist die coole Halloween Musik. Ähm... Ja. Ich glaube, wir gehen noch vier hier. Ich bin noch nicht so froh, wo es ist. Ist für Zobby? Okay. Ich bin gespannt. Ja. Ne, wir sind schon zwei Zobby. Das ist cool. Warum wissen wir sich einfach, dass hier mit kotzen würde? Wir sind hier überall Kürbisse. Ja. Ja. Zum Teufel. Zum Teufel. Ich würde jetzt hier rüberkommen und da... Ah, nee. Das habe ich doch nicht geschafft. Hallo. Wärts mich mal. Hallo. Und dann habe ich doch nicht geschafft. Warum killt denn der andere Zombie nicht da hin? Ich verstehe nämlich die ganzen Zombie bei denen. Warum killt denn der die nicht? Frage ich mich. Auf jeden Fall, ähm... Alle... Ich würde aus dem Server gekickt. Ich bin auf dem Server rausgefunden, Leute. Das ist normal. Ähm... An allen Leuten, die ich jetzt gerade mit denen hier gerade gespielt habe, oder wenn sie das sehen, ähm... Ähm... Schöne Grüße an euch. Ähm... Ähm... Was machen wir jetzt eigentlich noch? Weil... Da. Wir müssen jetzt mal richtig lang spielen. Ich will jetzt, glaube ich, eher meine Lieblings-Map. Ähm... Mein Lieblingsteil. Das ist das hier. Ich nehme den hier. Und ich bin blauer. Okay. Okay, der ist rein gekommen. Du musst jetzt eben... Back here! Okay, der ist tot. Das ist richtig stark zu machen. Ey, Leute. Das ist die stärkste Waffe in diesem Spiel. Das ist die stärkste Waffe. Die... Da gibt doch so'n Map. Da gibt's so'n Map. Da geht von... 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 Von Schwachen, die zu stark. Von groß bis klar. Und das geht auch dann... Die hast du niemand gekriegt, den hab ich auch schon gesehen. Digga, wo war der? Den hab ich ja gar nicht mal gesehen. Ich wundert nicht überhaupt, warum, ähm, warum ich... Weil es hier diese Map dunkel ist. Ähm, wegen Halloween noch. Weil das sind noch, ähm, ist erst vor kürzlich rausgekommen. Ich denke, es geht noch ein paar Tage und dann haben wir... Jetzt wird es wieder weg, weil wir bald nicht... Oh, Weihnachten! Oh, die Mord, äh, die Weihnachts... Okay, mach ich auf, ähm... Hier würde ich gerne mitmachen und dann... Ich nehm dir hier. Oh, Tiktok! Oh, Tiktok! Ich bin jetzt ein großer Flüchtling von Tiktok. Das ist geil. Okay, ich nehm dir schon eine andere Map. Ich nehm dir schon eine andere Map. Ach komm, nimm mir den hier, da ist er nicht frei. Ah, das ist eine andere Map! Ah, okay. Aber trotzdem find ich die ziemlich cool. Aber da muss ich halt springen. Ja, hier war das mit dem Sprengen. Aber hier, was cool ist... Früher, ähm, war da so ein Laserteil. Wenn man zu lange gewartet hat, dann gab's immer so ein Laserteil. Und wenn das immer... Wenn das immer gekommen war, bist du immer gestorben. Aber das haben sie jetzt eigentlich immer weggemacht, ey. Das fand ich wirklich ne gute Idee. Obwohl ich schon gestorben. Weil ich so einen Sprung nicht geschafft habe. Aber diese Map ist mir auch ein bisschen zu schwer. Diese Map ist mir auch ein bisschen zu schwer. Ähm, ja. Wie lange werden wir jetzt noch aufnehmen? Auch nicht, Leute? Oh, diese Map passt das hier. Die Map ist gar nicht so schlecht. Ähm, die bin ich so schlecht. Ähm, machen wir nochmal dieses. Dann run. Und... Machen wir mal den hier. Ich will schon mal... Das war zu viel. Das war von hier. Uuuuh. Au, au, au. Warum springt der einfach auch? Okay. Er hat den schon aktiviert. Okay, dann kann ich... Okay, hier. Oh, ich hab nochmal aufgepasst, Leute. Ich hab, glaube ich, aufgepasst. Ey, Digga. Ähm, aber das ist hier übrigens... Das ist die größte Map von hier. Weil es gibt hier richtig große Meppen. Das ist aber die größte. Die ist wirklich am größten. Es gibt auch eine. Die ist nur groß. Aber nicht am größten. Zeig euch gleich. Wieso? Der Teile kommt nicht mehr. Und er ist so... Eigentlich glaubt, das ist immer... Aktivier's, Bruder. Wenn ich jetzt da rüber gesprungen wäre, wäre ich jetzt tot. Digga, ich geh nicht. Ich täusche den Mann. Tschüssi. Ey Leute, wenn ich jetzt so schreien, dann tötet der mich. Ich kenn ihn. Das wird schon. Hat er die schon aktiviert? Nein, hat er noch nicht. Aktivierst du das jetzt mal? Ich kann nicht weiter. Ich hab mal weggeguckt. Ja Leute, wenn ich jetzt... Ich hätte jetzt Pech gehabt. Das hätte ich jetzt... Okay, hier muss ich richtig aufpassen. Die sind richtig... Die sind echt nicht einfach zu bequeren. Das mache ich aber... Willst du mich verarschen eigentlich? Sehr gut. Ich bin schon hier. Ey komm, ich muss diesen... Ich weiß nicht, wie lange gucke ich. Ich würde gleich aufhören, Leute. Also ich mache jetzt nur noch... Zum Teufel. Hat er da jetzt schon wieder gemacht? Und was raus. Okay Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das Video... Äh, äh, mein... YouTube-Prime... Ich weiß nicht, wie es gesagt wird. Ausgebrochen wird. Ähm, weil es noch das Video gegangen ist. Dann... Das war's jetzt mit dem Video. Dann wünsche ich euch jetzt einen nächsten Traum machten Tag. Haut rein. Ciao, ciao! Ciao!